so leute roto ist hier herzlich willkommen zu meinem let's play mafia 3 ja also wir sind gerade dabei die anhänger der gewerkschaft zu sabotieren das war der stand des letzten videos wir haben noch 14.050 dollar verbleibenden schaden zu machen ich fange direkt an ziel ist angezeigt ich wünsche euch viel spaß beim zusehen das ist ja auch direkt so eine karre vielleicht wird auf der karte angezeigt so eine rote vielleicht kann ich mich da ja mal dranhängen oder die zerstören oder was immer man da auch mit machen muss weg ist auch Vielleicht direkt wieder mit der Tür ins Haus, ganz klar. So, hier sind da auf jeden Fall ein paar Leute, die böse sind. Zurück auf die Polizei, da ist nicht gut. Verdammt, Reaktionszeit der Polizei, die Reaktionszeit der Polizei entscheidet sich nach Stadtteilen. Ärmeren von farbigen, bewohnten, weniger dicht besiegelten Gebieten kommen sie später in reichen Weißen, bis sie erreichen. Hingegen eher damit, dass sie schneller am Tatort auftauchen. Makano hat auch exzellente Verbindung zur Polizei, wenn die Polizei gerufen wird, während du gegen Feinde kämpfst, werden die Cops sich auf die Seite deiner Gegner fahren. Das ist aber nicht gut. Dann habe ich ja eigentlich schon verkackt. An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Ja, super. An alle Einheiten, linkskontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Ah, jetzt muss ich erstmal fliegen. An alle Einheiten, Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Wie kann das denn sein? Oh, diese dummen Zeugen, ey. An alle Einheiten, linkskontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Jetzt hatte ich schon mal so gut angefangen, ich hatte eh wenig Munition. Da kann ich erstmal mein Versorgungsfahrzeug rufen. Kann ich mich jetzt hier einfach verstecken? Diese Geschichte, echt. Dieser Bereich ist gesichert. Versuchen wir es mal da drüben. Das ist wen ich geheiratet habe. Er ist alles ganz müßlich. Zack. Jetzt sind wir raus. Muss ich erstmal warten, bis die sich ein bisschen abgekühlt haben. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Leute, das ist natürlich... Verschwende ich meine Zeit hier. Meine Schwester lebt jetzt hier. Ob du es glaubst oder nicht. Sie hat einen Italiener geheilt. Der ist doch jetzt eigentlich gut, ne? Ich bin außerhalb von einer... An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifen... Jetzt ist hier kein Auto. Nur so ein LKW. Hey, Vorsicht! Da rufen die doch direkt wieder die Bullen. Da rufen die doch direkt wieder die Bullen. So, keine Zeugen. Das ist schon mal gut. Moment, bevor ich jetzt hier... Wollte ich auf jeden Fall mal Munition aufladen, ne? Ich könnte hier erst auf, da uns ne Lieferung gebrauchen. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Brauchst du ja denn was? Ja, Munition. Bitte. Okay, zeig was du auf Lager hast. Zack. So, und weiter geht's. Wär doch ein Witz, wenn ich die nicht platt machen könnte. Da wär auch direkt wieder der rote Wagen gewesen. Diese Geschichte. Hier geht's direkt rein. Direkt rein. So, der ist hier in die Sonne. Oh mein Gott! Ist eine Schande, die haben schließlich zwei Kinder. Aber eine Scheidung dürfte trotzdem das Beste sein. Dieser Mensch atmet nicht mehr! Dieser Mensch atmet nicht mehr! Er tütat da. Jetzt wird noch viel mehr passieren, Frau. Heldet, heldet. Wenn sie zu diesem Haus verdient, das Rassenrezeptchen! Nichts, was sie nicht erreichen können. Keine Zeugen. Haben wir jetzt hier noch so ein Teil? Nö, haben wir nicht. Erledige Vollstrecker der Gewerkschaft. Okay, das ist das einzige was wir machen können. Verteilerkasten hätte er, warte mal, als erfahrener Gewerkschafter hätte er die Dockarbeit Gewerkschaft lieber und die Leute von Vitro. Warte mal, womit machen wir denn jetzt weiter? Warte mal, womit machen wir denn jetzt weiter? Der Gewerkschaft? Mit der Erpressung? Oder erst mal hören, was er hier zu sagen hat? Ja. Da müssen schon andere kommen als du! Okay, raus hier! Wie man eben kurz raus sah. Oh! 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 So, da sind wir schon bei dem DeMarco. Es scheint ja sehr feudal zu leben. Vito schickt mich. Du bist Conny, ja? Yep. Conny DeMarco. Hab für Vito ein Auge auf den Schmuggel. Roy Thibodeau ist jetzt zuständig und es läuft richtig scheiße. Warum hat Greco ihn nicht fallen lassen? Wenn's nach ihm ginge, würde er Roy hochgehen lassen. Greco hat Roy nicht ausgesucht, was ihn zur Zielscheibe macht. Trotzdem, Roy versucht von Kuba aus den üblichen Schrott zu verkloppen. Zigarren und Rum. Scheiße, man sagt, die verkaufen sogar Medizin und so ein Zeug an die Kubaner. Greco hat also Stress. Greco dachte wohl, sein Onkel Sal würde nicht so hart mit ihm umspringen. Jetzt macht er allen Druck. Auch Roy. Wenn das Geschäft noch schlechter läuft, muss Roy selbst kommen und sich kümmern. Aber Roy hat ein paar Leute hier und da. Mit etwas Überzeugungskraft krieg ich schon was raus. Schon einen von Roy's Jungs geschnappt? Die reden bestimmt, wenn man richtig fragt. Jetzt haben wir die Vollstrecker. Jetzt müssen wir halt solange hier die Aufträge erfüllen. Da ist Storyauftrag. Ja, gut. Dann geh ich mal hier an die Schmuggler. Die Ware ran. Nein. Oh, die Polizisten müssen davon erfahren. Ja. Ich bin weg. Hallo? Ja. Wir brauchen sofort Hilfe. Und wurde ein Auto in River Row ist nicht angemeldet. Wenn jemand dafür Zeit hat, bitte mal hinfahren und die Sache klärt. Ups. Da hinten ist aber direkt ein Officer. Was ist denn hier? Wie kann ich da eigentlich auch direkt irgendwas erledigen? Guck ich mir mal an. Guck ich mir mal an. Hier ist nichts. Okay. Folgen. Oh. Oh, das ist blöd. Das ist Dreck jetzt hier in meinem Umgreifen. Super, hier ist ein Verteilerkasten. Dann mache ich das doch mal gerade. Gilt für dich genauso. Entweder du kommst in den nächsten Tagen mit den Beiträgen rüber oder wir kommen sie persönlich kassieren. Und du willst doch nicht. Das ist vielleicht jetzt gar nicht klug, da einen Überfall zu starten. Wenn die Polizei da gerade aktiv ist. In letzter Zeit bringen sie einen wegen jedem Missen und die Leute zurückbleiben. Ne. Warte. Wieder. Eingang schön, dann hoff nur mal, dass die Bullen mir nicht auf den Sack gehen. Günstig. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole, Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Auch hinüber. Ich suche Schuhe. Ich komme hier nicht weg. Ich gebe mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Ich mache dich alle, Junge. Geh um ihn rum. Und? Passt du jetzt auf? Wo bist du denn? Ach, ich bin ich schlau. Da ist er. Oh. Einer ist noch da, der ist im bestimmten Obergeschoss. Jetzt habe ich dich ganz für mich allein. Geht denn hier? Kann ich doch bestimmt auch irgendwie zerstören, oder? Nein, kann ich nicht. Jetzt haben wir hier. Schmugglerware. Ja, die muss ich jetzt tatsächlich erstmal alle abarbeiten. Ich war oft mit meinem Vater zum Schiffe gucken hier. Ich falle auf nur, weil ich renne. Oder was? Ja, hier sind wir doch direkt richtig. Mal lockern uns hier über das Geländer. Und ich bin auf der falschen Seite. Vorsicht, Platz da. Der gehört jetzt gar nicht dazu. Jetzt war eigentlich. Ich bin, dass Michael Grego einen Gedanken hatte, der nichts mit Muschis oder Koks zu tun hat. Das ist alles auf selbst mit. Aber es ist ja elend, in egal. Aber für die waren wir da ganz nicht direkt. Da. Na, Moment. Keine Zeugen. Für wen hält er sich? Du erzählst mir jetzt von Roy's Schmuggler-Deals. Der Boss versucht, Medikamente für teures Geld nach Kuba zu schmuggeln. Ich weiß, wo sie verschifft werden. Wir haben gute Nacht, du Asse. An alle Einheiten im Fahlungsgebiet. Nicht zum Verdächtigen verloren. Wunderschöner kleiner Junge. Jetzt muss ich abhauen. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Ich glaube, ich so. Einheiten vor Ort haben der Richtige gesichtet. Nee, nee. An alle Einheiten. Der Verdächtige füniert das Fahrzeug. Ich muss schnell kurz abhauen hier. Ich muss schnell kurz abhauen hier. Alle Einheiten. Wenn Dächtiger außer Sehfakt ist. Ich wiederhole. Kontakt verloren. Ja gut. Jetzt ist Karre kaputt. Ich hätte die Chance gehabt, den zu töten. Oh, Entschuldigung. Das hat hoffentlich jetzt keiner gesehen. Das hat hoffentlich jetzt keiner gesehen. Vernichte den Scheiß natürlich. Oh, da scheint mehr los zu sein. Oh, da scheint mehr los zu sein. Ich hatte schon Angst. Ich durfte heute niemanden erschießen. Ich suche meine Deckung. Wie komme ich da jetzt mit raus? Ganz dumme Geschichte. Ganz dumme Geschichte. Ganz dumme Geschichte. Ich glaube, ich steige dann doch besser aus. Ich bin jetzt gestorben. Ich denke, hier an der Stelle werde ich auch Schluss machen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch bis hierhin gut unterhalten. Und ihr seid auch bei meiner nächsten Runde wieder mit dabei. Bis dahin. Bleibt sauber und haltet euch senkrecht. Euer Brot.